Drei Punkte. Ich muss es aufgreichen. Charlie sagt es richtig. Am Ende, der Masterplan ist eine deutsche Initiative, die ich sehr wertschätze. Deutschland ist Vorreiter und macht es auch zum Jahr der Schiene. Aber ich habe vorhin gesagt, unsere Kunden, die managen globale Supply Chains und wir diskutieren Deutschland. Also zumindest auf europäische Ebene müssen wir gehen und müssen Masterpläne haben. Der zweite Punkt, den ich von Berit aufnehmen möchte, ist in der Tat der, es geht darum, Verkehrsträger zu verknüpfen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Straße gegen Schiene oder Straße gegen Binnenschiff diskutieren. Nein, es geht nicht darum, irgendwie gegeneinander, sondern im Sinne der Supply Chain miteinander, Verkehrsträger sinnvoll miteinander zu verknüpfen und dann ein Modelschiff zu generieren. Und das muss ein integrierter Ansatz sein und kein Schienenansatz. Und der letzte Punkt, und dazu bin ich einfach zu sehr Pragmatiker, um den Punkt nicht zu machen. Ein Masterplan ist immer so Flughöhe 10.000 Fuß. Ich persönlich gehe immer ganz gerne aus Gesprächen, aus Meetings, aus Debatten raus und nehme mir so zwei, drei kleine To-Do's mit, die wirklich was bewegen. Wo ich weiß, ab morgen ist die Welt anders. In dem Raum war es vorher dunkel und morgen geht da Licht an. Und aus dem Masterplan runter in diese kleinen Maßnahmen, das fehlt mir noch so ein bisschen. Wir sind da, wir möchten gerne unterstützen und ich glaube, da gibt es noch so eine gewisse Übersetzung, die einfach stattfinden muss. Und ja, da muss man aber die Politik auch abholen, pushen und unterstützen.